Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge MacWire 5 Clans. Heute kümmern wir uns mal um die Mission Extermination, The Pirate King. Die Verlässlich sind die Lieblingsbezüge durch die Liberationen. Wir haben die Vala 6 Battlemaster gesehen und sind in der Prozesse von ihm zurückgezogen. In dieser Ravine. Soon, er wird in der Ravine gebrochen. Gut. Denk den 360-2nd weitergehen und weitergezogen. Aber schau dir deine Distanz. Meine Schraud-Keschik und ich werden ihn persönlich mit ihm verletzt. Star Commander Jaiden, ich möchte Cobaltstar, um die Schraud Keshek und Elzi zu steuern und zu helfen, unsere Erwanderung zu unterstützen. Du hast du steuere Instinkte über deiner Zeit auf Santander gezeigt. Es ist nur recht, dass deine Erfolge beobachtet werden. Es ist Zeit, dass wir das fertig sind. So dann, auf geht's! Gehen wir mal mit der Nova rein, mal gucken. Cobaltstar, Updated Drop Location Transmitted. Schraud Actual, wir sind im Feld. Gut, mein Broadsword ist inbound auf Navpoint Alpha. Schraud Actual, wir werden mit dem Feld. Wir werden mit dem Feld. Aff, es wird fertig sein. Wir haben die Mäste um die LZ. Viele von ihnen. Gib uns Zeit, um sie zu entfernen. Neg. Wir werden nicht die Valisek die Möglichkeit, um zu verlassen. Prioritieren die Mäste um die LZ. Du kannst die Mäste um die anderen um die Feld. Schade wir nicht die Mäste, um die Valisek auszunehmen. Er ist die Sekhans zu töten. Nachdem, was er wurde, Weaver will not let such a dishonorable act go unpunished. Eyes up, everyone. Wir haben company. Scan Mode engaged. Scan Mode disengaged. Mute target. Scan Mode engaged. Scanning complete. Scan Mode. Scan Mode. Scan Mode. Scan Mode. Disengaged. Target. Destroyed. One target down. Scan Mode. Scan Mode. Schraud Actual. Your LZ. Zuck. Zuck. Roger, Gobalt. Proceed up the field and clear a path. Scan Mode. We will form on your... Target. Destroyed. Heat. Set un-to Foto. They're right here. Yep. Look. Stand up. You're not going to lose. They're right here. Schraud Actuals. Wait for me. This, man, told me. Don't start toツno. The final war war is. If it hadn't a fat eight, you know. This one was turned off. An to a minute. Das war's für heute. Disengaged. Mix away. Good hunting, Shroud. Jaguars! I am with you. Mute target. Give these Deskrabbermen no order. Exterminate all but Valasek's Battlemaster. He. Is. MINE. Cobalt-1, scout ahead and clear us away. Get me, Valasek. They are down. Mute target. Target destroyed. Mute target. On the Star Commander's target. Mute 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 target. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Outpost sieht aus wie eine Stabilisierung. Es ist sicher. Aber das ist nicht verhindert Valasek von den benutzen als Schildern. Das Grubbel? Ja. Machen sie Geld für ihre Brüder. Sie können nicht diese Leute benutzen. So has an advantage. Skymode engaged. Scanning complete. Struck! He left so many of them. Good. New target. Skymode disengaged. Keep critical. Unit down. On the Star Commander's target. Target destroyed. Keep critical. Copy. Engaging. Target destroyed. New hostile detected. Capturing hostile. Weapons on line. Cobalt 1, keep these vermin off me. Keep critical. Target destroyed. Another one down. Skymode engaged. Weapons on line. What a waste. Agreed. No clan would ever debase themselves by resorting to civilian shields. It is beneath us. Their blood is on Valisek's hands, not ours. Disengaged. If we pulled our punches, it would only encourage our next opponent to adopt similar tactics. Target. Exactly. These pirates are a lost cause. Let us hope that the Draconis Combine will not be so callous with their enemies and alienous lives. Target destroyed. I'm going for the fool. I'm for the fool. Target destroyed. Disengaged. Das war's für heute. Das war's für heute. So, da sind wir wieder. Nachdem uns gerade das Spiel einmal abgestürzt ist, sind wir jetzt wieder da. Einmal schnell hier durch und die Miniminen deaktivieren. Das war's für heute. 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 Ah, der Damage Output von einem... Oh, Nova ist einfach gut. A million C-bill bounties. For every cat you managed to skin. Disgraceful. Too much of a coward to even fight with your men? Ten mil to the man who brings me that nagging broad's head. Twenty if you're never alive. Oh, Black Knight hätte ich vielleicht mal vorher darauf achten sollen, wo ich rein renne. ... ... ... auf du immer weg Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt auch nicht mehr so viel aus, aber Ah shit, da ist mein Arm weg, scheiße Mach dir nichts aus, ich hab auch schon einen verloren Cataphracts Ich habe einen Augenblick auf ihn We have him pinned north-west of your current position. Silver One, continue to box him in, but do not engage. I will be there shortly. He is MINE! No more tricks, no more lies, no more holes for you or your rats to scurry back to. Face me, Helmar Balasek, and die in my hands. I'll give you this lady. You got some balls on you. I hope you're not too banged up after all this. I'll be sure to give you a more personal introduction after I pry you out of that pretty little mecha of yours. Challenge accepted. Ich hab den Arm verloren. Du hast ein Bein verloren. You handled that mech well, girl. But lucky for me, your lot is as dumb as a pile of rocks. I'll be back to reclaim what is mine soon enough. In the meantime, you all don't look up at the sky too hard. Critical Damage, Critical Damage, Critical Damage, Critical Damage. Sieht super aus für uns. Ja. 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 Okay. Ja. 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 Die Galaxie sind unsere logistischen Interessen. Galaxie Kommander Perez, Sie werden die Beta-Galaxie führen und betrachten Sie auf Ihren nächster Begriff. Bevor ich in Ordnung. Ich werde, mein Kahn. Bevor Sie sich. Die verdadeira Invasion der Inner Sphäre beginnt jetzt. Ich werde, mein Kahn. Ich werde, mein Kahn. Ich werde, mein Kahn. Ich werde, mein Kahn. auf geht's in den drakones rome rein würde ich mal sagen muss man eben schon hier rein gucken ein slip was auch noch nicht fertig schatz die milestones unsere research unsere research ist naja geht so 90 aus ein richter research o seines ist die scientist ich weiß es sich wirklich lohnt lassen wir es mal bei denen wie es Available Research. Er Laser. Damage können wir auch noch machen. Armor Damage Reduction. Sehr gut. Die PCs haben wir noch gar nicht im Ein. Doch, die Adder hat PCs. Projectile Speed und Range und Heat Capacity ein erhöhen. Active Probe. Recharge Time. Recharge Heat und müsst ihr alles fertig kriegen. Mit Techs haben es aber zu tun. Structure ist jetzt gerade dran. Dann würde ich einfach mal hingehen und Armor Damage Reduction nach oben schieben. Dass das danach gemacht wird, weil 8% weniger Armor Damage bekommen ist schon nicht schlecht. Zurück. Mac Bay. Hier sehen alle soweit okay aus. Mission Erex. Einmal gucken. 2260. Keine Invasion. Damit können wir Invasion machen. Damit kann man keine Invasion machen. Damit auch nicht. Und damit auch nicht. Also Mission Central. Auf geht's. Die Invasion beginnt. Star Captain Megan. Star Commander Jaiden. And attention. The road to Terra begins here in Turtle Bay. Are you ready to fulfill your duty and lead the warriors under your command to ultimate glory? Ask Galaxy Commander. Ursa Star is raring to go. Kobo Star awaits your orders. Excellent. We concluded our periphery sweep and ended the pirate threat that has been allowed to roost on Santander for decades. Now, we are poised to face the elite DCMS forces. There is little doubt the resistance. The Draconis Combine will offer up will be superior to those periphery Surats. But they will be best to just the same. I should have bachelor to the commander of the 14th Legion of Vega. Tarakito Nero. He declared he would face us down with every mech under his command. Balasek also agreed to fight us on Santander. The word of these spheroid leaders carries no weight. According to Dragoon Intel, the Draconis Combine mustard soldiery live by the warrior code of Bushido. They will honor their agreement. What can we expect? Aerial surveillance conducted a sweep across the rolling meadows just north of the city of Edo. We have detected mass heat signatures spanning across a vast open battlefield. That makes things easier. Aff. Our plan of attack? To pound the 14th Legion of Vega into submission. Once you touch down, you will lead your binary star into the area of operations and crush all resistance that dares to oppose you. Aff. I will lead another force on the eastern side of the city. Scans show in active machines, most likely reserve support forces. I will ensure that they stay offline. Jagatai's will be standing by as support. They will be dispatched as needed. Happy hunting, Jaguars. We will announce our presence inside Turtle Bay with might and authority. The rest of the inner sphere will only defeat. The rest of the inner sphere will only defeat. Prepare to deploy within the hour. We must keep up our forward momentum and capture our worlds ahead of the other clans. Oh, 220 tonne. Okay. So viel haben wir noch nicht. Wir könnten natürlich noch ein neues Mech kaufen, aber wir schaffen wir einfach so. Sparten uns ein bisschen Kohle. Wir sind ja auch dabei jetzt gleich Level 6 vertreten zu werden nach dieser Mission und dann hätten wir ja die Stormcrow. Und dann können wir uns überlegen vielleicht noch mehr zu machen. Wir sind still durch этing Sper所 Di jingle eingestellt. Wir sind entspannt geischst alle Anarchitecten dellAnglöger des Lebens. Wir sind 끝� faculty Zeit συνама. Wir determinan Aus꺼�one mon использовать unsb 47 tunes nicht immer weiter. Wir sind mehr stark zu erweitern. Wir sind damit vorbereitet. Wir sind auf urdeckeuchter ouderividch. 탐 und wir sind vor allem nötig. Oh Gott! Wir sind jetzt auf der Luft! Im Tr cœur vonơ 성공! Galaxy Commander, they just knocked one of our broadswords out of the sky. I have visual on the crash site. Strava! All ground units, push up to the designated high ground and return fire. Ah, Cobalt, on me! We are with you, Stark Commander. Cobalt 1, I have eyes on multiple hostiles approaching. The 14th are sending in tanks and VTOLs. Scan doesn't look like that. The 14th are at range with us. Just sit back and enjoy the show, Stark Captain. We will show you how it is done. Our claws are sharp, Stark Commander. We are here to shed blood, too. Our jagged high just turned them to dust. They just got a taste of our firepower. You? Target. I think they know they are in a fight now. Target. Seems like they got more fire than the pirates. That is not saying much. New hostile detected. Champions. Champions. Oh, da kommen ein paar. Ah, warte mal trotzdem ab. Dragon, Wolverine, Jäger. Oh. Ow. We have the numbers, but we have the superior weapons. You should make quick work of them. Target destroyed. A sec. wait till you don't want any emergency shut down. An emotional viewcase to do it. I'm guessing right now. Why don't you need to touch unless you have it. The IDMißtelson in the segue. I'm guessing at all. Was just ge kicks off. You have to war. You get��ized influence. Now when you set the level. All right guys. strap aber auch nicht oder auch doch stalker atlas jawohl jetzt bringen sie mal die großen ein lm 10 da 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 ich mag dem nicht wirklich schaffen 517 reichweite optimal das heißt es ist mehr maximal aber trotzdem wirklich der mensch war ich dem nicht die tanzel auch noch vor und zurück abt euch die felle da auch auch die Oh, never walk in mind, eh? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay. 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 Tschüss. Kohlball, we know the drill. Burn their max and knock out those cannons. Hey, Star Commander, if it's easier for you, you can just follow our lead. No, I insist. Allow us to drag this across the finish line and make you look good. Enough small talk. I only want to hear confirmation that you have secured every inch of the battlefield. Ah, okay. Da möchte ich vielleicht nicht so direkt reingehen. Alleine. Ich sollte mal machen, dass ich da weg komme. Ja. 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 Geht mein arm hin. Und die andere zwei laser critical. Ach komm schon. auch zu schreißer Scan Mode engaged. Scan Salvage. Marked for pickup. Scan Mode disengaged. On the Star Commander's target. Ich bin gar nicht da. Ignoriert mich einfach. Ich bin gar nicht da. Oh, komm schon. Ich hab keine Waffen mehr. Ah. Thunderbolt, Rifleman, Shadowhawk. Oh. Ich werde mich mal ein bisschen hinterwohnt. Ja. jetzt noch voll da rein cool unsere die und die 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017